Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wieso lag das gerade so? Moment, ich muss kurz die Aufnahme abenden. So, jetzt geht's wieder, keine Ahnung, ich habe hin und wieder Framerate-Entstürze ohne Grund. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Das Beste ist, wenn man keine Axt mehr hat. Ja, das ist das Beste, absolut Beste. Schösschen dem Off hat die Fresse. Ich fuck erstmal deinen kompletten Stein ab. Du fuckst, okay. Ich habe eh genug Stein, von daher passt das schon. Bald kommt die neue The Walking Dead Folge. Oh, passiert auch mal. The Walking Dead ist toll. Ja, das sehe ich so wie du. Hast du schon geguckt? Ich soll's mal gucken. Ich habe glaube ich nur eine Folge mal bei dir gesehen, weißt du schon, als wir so getrunken waren. Sicher? Ja, wo du so gekotzt hast. So oft. Ja, das war nach meiner Party. Ja, genau das meine ich. Hat Lars nicht angehabt? Ja, ich glaube... Oder hat der... Nee, Breaking Bad hat angemacht, nicht The Walking Dead. Schade. I failed. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Das Cobblestone. Ich mach mal wieder eine neue. Und weiter abbauen. Vielleicht versteckt sich hinter dieser Erde irgendetwas. Außer Erde. Die Sonne hat mir erst geweckt, KS. Oh, oh, KS, KS, Noob, Noob. Report direkt, Noob, Noob. Ich bin gar nicht ein Noob. Stell dir mal vor, wir werden die Minecraft-Sonne gebannt. Son has been banned. Okay, fertig. Dann... Dann wird's nie wieder Tag und wir werden alle sterben. Und nur noch... Äh, Zombies und sowas. Dann nur Kuiper und ich. Und du. Und ich. Und du. Und ich. Und du. Und ich. Und Schokolade. Und Schokolade, ja. Und Schokoladen. Dann können wir ein paar Kaubohren holen, dafür müssen wir bei den Jungen... Das machen wir auch mal. Wenn wir hier mal den Jungen finden... Wenn wir schon. Wenn nicht, dann holen wir es einfach Tungel, hahaha. Wow, aua, 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 das ist okay. So viel Drecksdreck. Die ist auch schon weggegangen, wir müssen mich verarschen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, jetzt läuft das gleich weiter. Alter, so viel Dreck. Wo? Hier in der Hülle. Und auch GTA VZ5s Kanal. Ja. Also der musste jetzt schon irgendwie sein. Aber gut, gegen GTA VZ5s Kanal ist diese Cave hier nicht Cave. Diese... Ausgrabungsstelle. Noob-Kreis. Noob-Kreis. Ja. Geht der VZ5-Kreis bestimmt auch einmal. Wenn er überhaupt noch lebt. Haha, er hat mir den Kill geklaut, den er sich selbst getötet hat. Boah. KS, noob. KS, noob, 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 bahn. Oh, ne, warte. Er hat sich nicht so selbst getötet. Immer diese Themen. Wenn man von coolen Sachen wie Minecraft auf schwule Sachen wie GTA VZ5 kommt. Äh. Alter, das ist hier... Das ist so viel. So, so viel. Wie? Abzubauen. Ich baue hier gerade ein Lagerhaus, was glaube ich größer ist als unser Haus. Oh. Hat was? Ich bin gerade in der Planung noch. Oh. Ich musste ja schon den Eingang zu deiner Cave abbauen. Also, da ist ja wieder Dreck rum. Mhm. Und da muss ich schon ein paar... Ach, mein Leather. Leather ist wirklich schon. Okay. Und da ist einer zu viel. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Alter, ich geh mal höher und mach mal oben irgendwas Sinnvolleres ist die Scheiße hier. Moment, nein, es wird... Oh, Genius. Genius. Genius-Bilder. Genius-Bilder. Hm? Okay, gratulation. Oder ich sag so gestern zu Jan, äh, Genius und er sagt, das heißt Jesus. Ich sag mir so... Ich sag mir so... Facepalm. 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 Auto. Ähm. Ich hab da so'n kleines Problem. Welches denn? Ähm. Ähm. Deine Mine ist im Weg. Ja, okay, ist okay, ich hab hier wirklich alles eigentlich schon abgebaut, also... Ich mach nur neue Mine. Ne, ne, geht's sogar klar. Ich bring mal die ganze Scheiße hier wieder hoch, die ich schon hab. Geht ganz knapp noch klar, ja. Guck mal wie groß unser Lagerhaus ist. Wenn die Türen nicht so töten, ja. Oh. Ja. Ähm, dann hab ich vor, äh, hier ne Kiste, also... Doppelkiste, 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 Doppelkiste. Ja, dann hier oben noch eine wahrscheinlich. Gute Möglichkeit. Gutes Lagerhaus, gute Planung. Also I like it. Ich glaub, wenn du dann essen musst, dann baue ich einfach das Lagerhaus fertig. Okay, ja, dann machst du das, dann machst du das Offscreen. Aber ich ja sowieso nicht aufnehme. Bei mir ist eigentlich alles Offscreen, was ich mache. Ja, aber dann ist es auch für mich Offscreen, was du da machst. Das für meine Zuschauer auch und das wird dann explodieren. So. Kohle und dir fucking Mund. Redstone. Ja da. Ja da. Ja da. Ja da. Ja da. Ja. 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 So, Gold. Genau, die wollte ich alle noch braten. So. Let's brate the shit out of it. Das ist so ein riesiges Lagerhaus. Ja, ich schau dir mal ein bisschen in den Bauern zu, weil aktuell wird sowieso noch gebrannt. Äh, gebrannt. Haben wir jetzt noch einen schönen See, der ist mit stillem Wasser. Das kann man vielleicht irgendwie verwenden oder so. Wofür? Ja. Keine Ahnung. Weiß wir irgendwann mal was mit Wasser verwenden wollen. Es ist, es ist soeben ein Schaf. Ja. Hä? Ein Schaf ist in deine Baustelle reingelatscht. Ich seh keins. The fuck? Wo ist hier mit dem Schaf? Hier. Direkt neben mir. Von mir ist da nichts. Geh, hier bist du die Gaston? Ja. You're too high. What? Ja, wenn du verstehst, soll ich meinen dieses eine Bild. Es ist nach wie sollten schlafen gehen. What are you up to? Yes, no. No. Yes. Wenn du verstehst, was ich meine. No. Okay. Ich versteh's wirklich nicht. Oh, okay. Passiert auch mal. Dieses Kiffer-Meme. Schau dich dieses Face an. Da muss man rein schlagen. Welches Face? Was ist mit diesem Schaf? Schafe sind süß. Gucken du leider ein bisschen dumm. Ich höre ein Telefon bei dir. Ja. Ja. Freddy White. Kissy Black. Was zur... Achso. Freddy White. Kissy Black. Kissy Black and Freddy White. In Drogenhandel. Ja. Was passiert? Ja. Wer hat mich schon überleihen geladen? Ich zack nicht mit euch, Leute. Warum kapiert der es endlich? Ja. Ich das play gerade Minecraft. Minecraft? Ja. Warte mal. Ey, das brennt noch. Egal. Ich hol mir jetzt wenigstens noch das Eisen her. Das Gold, das kann über Nacht brennen. So. Obst du? Naja. Brennt. Sieht schön aus. Oh, da ist ne Sonne. Du bist ne Sonne. Hallo, ich bin ne Sonne. Wieso geht dieser Schaft die ganze Zeit hier rein? Besser ich's auch. Geh mal da rein. Paar dich mit dem anderen Schaf Los, paar dich Paar dich Du hast jetzt zwei Schafe da drin Ich seh nur eins Tja Dann passiert wohl komisches Zeug Das heißt, ich muss da ja noch ne Schicht drauf machen, damit die Kiste aufgeht Ja, machst du wohl Nein, Moment, dann kann ich einfach das Dach bauen So, und Gold ist auch gebrannt Also ich könnte jetzt das Dach bauen, hätte ich genug Restrochen Genug was? Restrochen Ich brauch viel mehr Holz, ich hab fast gar nichts mehr Kann ich mir denn davon schon irgendwas bauen? Ich könnte mit dem Mann Stiefel bauen Ich glaub, ich baue das lieber irgendwie anders Ich wette, wir brauchen gar nicht so ein riesiges Lagerhaus Bis wir dann endlich mal richtig viel haben, sind wir sowieso schon irgendwo anders Dann hab ich das umsonst gebaut Ja, kann gut sein Ja, also ich baue es ein bisschen ab Okay So, ich mach jetzt ein komplett super Outfit Was? Ich mach mein super Outfit gerade Machst du hier gerade ne Goldrüstung? Nein, nicht nur ne Goldrüstung Das ist es ja Schau dir dieses Outfit an Schau dir dieses Outfit an Ich hör ein Slime, aber ich seh nicht Ich such dich gerade Um dir mein Outfit zu zeigen Irgendwie lag mein Spiel Passiert Du hast jetzt nie ernsthaft ne Goldrüstung gemacht Ich hab mir Blödsinn gemacht, schau mal Also du hast jetzt einfach Diamanten weggeworfen Um dir Schuhe zu machen Anstatt dir eine Spitzhacke zu bauen Ja Du hast vergessen, dass ich Kirschi bin Fucking Genius Ja Ich bin der Beste Ich denk, das war auch wieder genug Ich mach mal kurz Relog Oh, was du? Mach kurz Relog Ich ertrinke Freddy joined the game Ich kann nur keinen Block aufsammeln Was ist denn da los? Spawn Zone? Ne, kann nicht sein Naja, ich kann hier abbauen Aber ich kann den Block Jetzt geht's Oh, okay Naja, also war genug für einen Part Denk ich mal Wieder, also bis zum nächsten Part Und so Haut rein, Leute Tschüss Haut rein